So, es ist soweit. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie. Angesichts seiner Leistung war die Auswechslung absehbar. Er ist nie richtig ins Spiel gekommen, also da darf er sich über die Auswechslung wirklich nicht beklagen. Schupo-Moting. Das macht der Torwart gut, den Ball hat er. Ganz wichtig, er hält den Ball fest. Ballbesitz Bayern, es gibt Einwurf. Nun David Alaba. Nun Douglas Costa. Und Ribery. Thomas Müller, den Hälter. Und damit verhindert er den Doppelpack, zumindest vorerst. Vidal. Meier. So, natürlich kein Problem, er holt sich den Ball. Jetzt Müller. Ganz wichtig in dieser Szene, der Verteidiger holt sich den Ball. Ribery. Ribery. Er versucht's. Kein Problem für den Torhüter, da konnte er sogar stehen bleiben. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Jetzt ist die Kugel weg. Sehr. Kurz Unterbrechung, Freistoß gegen den FC Bayern. Geiss. Da passt er auf und hat den Ball. Spiel unterbrochen, gibt Freistoß für die Münchner. Das war einfach. Und er hat den Ball. Boateng ist da, gut gemacht. Schöner Pass. Müller. Schön gehalten. Er pfeift sie zurück, es gibt abseits. Philipp Lahm am Ball. Vidal. Du, was kostet er jetzt? Vidal. Boateng. Und jetzt der Schuss. Da muss sich der Keeper nicht mal bewegen. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Sam. Meier. Die Chance. Erstmal raus damit. Neuer mit der Faust dran. Da war mehr drin. Aber der Abschluss war nicht gut genug. Lange ist nicht mehr zu spielen. Die Fans des deutschen Rekordmeisters stimmen sich schon mal auf die Siegesfeierlichkeiten ein. Ja, aber auf der FC Bayern gibt hier eine richtig gute Vorstellung ab. Das muss einen Sieg geben. Es gibt Abstoß. Jetzt können sie sich für den Angriff wieder sortieren. Super-Motting. Ribery. Ja, das ist Abseits. Er läuft Bruchteile einer Sekunde zu früh los und dadurch ist er im Abseits. Gut gesehen. Weiter Pass auf Lewandowski. Wichtig. Den Ball hat er sicher. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Robben. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Er zieht ab. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Heute ist er nicht der gewohnte Rückhalt. Leider nein. Keine gute Leistung. Und sie liegen nun schon deutlich zurück. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Meier. Meier. ständig in bewegung alaba und jetzt tut das costa riverie da ist aufmerksam das ist das tor mit dem kopf hat er es gemacht dieses tor müssen wir uns noch mal anschauen den treffer hat er erzwungen super einsatz dass er da nicht locker lässt und die zweite chance verwertet so viel können wir zu diesem zeitpunkt wohl festhalten die partie ist so gut wie gelaufen heute sind sie eine nummer zu groß für den gegner was anderes kann man nach dem spielverlauf eigentlich nicht sagen nee dazu was ganz klar zu eindeutig sie haben zu viel keine blöse da ist der treffer für die münchner sie kriegen den hals nicht voll tolle offensiv leistung heute da kann einem jeder gegner leidtun wolf die stecken hier wirklich nicht auf obwohl das spiel ja bereits entschieden ist so und mit diesem treffer hier ist dann endgültig jeder zweifel beseitigt das ding ist gelaufen eindeutiger spielstand hier und viel zeit bleibt nicht mehr auch nicht für kosmetik übrigens die bayern haben den sieg die partie ist abgepfiffen starke einstieg in die saison sie holen hier die drei zähler und das bringt ruhe rein genauso weitermachen das war heute eine überragende vorstellung vor dem ganz toll also überragend